Ich befinde mich hier am Wannsee, denn hier findet die traditionelle Red Party statt von der allgemeinen Immobilienbörse. Das Anliegen der Red Party war es von Beginn an, nicht nur eine schöne Party in einem ansprechenden Ambiente zu feiern, sondern dabei vor allem Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Dr. Auma Obama, Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, sammelte mit AIB-Gründer Christian Jerome Spenden für die Auma Obama Foundation Saudi Co. Saudi Co. bedeutet starke Stimmen und ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen in Kenia, im Westen von Kenia, im ländlichen Gebiet, um ihnen eine starke Stimme zu geben, damit sie lernen, ihr Leben selber zu bewältigen. Sie haben ein Land, sie können das Land bearbeiten und bebauen, damit sie was zu essen haben, damit sie Geld verdienen. 55.000 Euro kamen von den Gästen der Red Party für die Foundation zusammen. Das alles und viel mehr Samstag bei Lifestyle.